Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit P2BeastMod. Ich bin wieder bei DOSTLP mit Helen und ja. Nichts mal noch mit ein bisschen mehr Elan so, dann wird das vielleicht schon ein bisschen gut. Ja, diesmal habe ich aber nicht so viel im Voraus aufgenommen, war nicht so gemein diesmal. Ach, diesmal nicht. Also bestimmt hast du schon aufgenommen, als wir rumgetestet haben. Ja, aber das schneide ich diesmal nicht passen, weil das nicht so toll war wie letztes Mal. Ne, also diesmal, wir haben uns überlegt, wir machen uns einen so großen Villenkomplex, in dem dann irgendwie alle Maschinen drin sind. Also hier erstmal so ein bisschen Terraforming, das ganze Ding irgendwie größer bauen und dann mit immer neuen Räumen und immer neue Dächer und immer neue Räume und Dächer und Keller und Maschinen und Bauten und alles mögliche. Und dann wird das total toll. Ja! Yay! Yay! So. Richtig. Richtig. Richtig wichtig. Ach genau, ja, ins Bett. Juhu! Helen, Bett. Oh mein Gott. Helen, Bett. Du kannst ja auch die Leiter hochkommen, Helen, diese total tolle Leiter. Dost will kuscheln. Die ich da schon... Ne, ich habe ja extra das Bett schon auf einen Abstand hier. Damit diese schöne, fette Zimmerpflanze uns trennt. Put, 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 Helen, komm. Put, 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 komm hier. Oh, what the fuck war das? Jetzt regnet es auch noch. Oh Gott, wir brauchen ein Dach. Aber auch im Regen lässt es sich gut schlafen. Kuschelig, nass, richtig toll. Total versiebtes Bett. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, habe ich hier noch Eichen. Ist doch Eiche, ne? Das müsste Eiche sein hier alles. Genau, dann machen wir erstmal ein paar neue Räume und dann ein paar neue Maschinen. Mach das. Mach das. Du musst mir helfen hier. Terraforming und so. Ich muss helfen. Ja, der Helen besorgt uns doch unsere Ressourcen, bis sie irgendwann diese Quarry haben. Ich will mir jetzt so eine beschissene blaue Schaufel machen. Dann mach du dir erstmal so eine beschissene blaue Schaufel. Wieso eine blaue? Weil blaue Schaufeln total toll sind vielleicht. Du hast da eine blaue Pickaxe. Ist die nicht gut? Scheiße, nach wo mache ich denn das jetzt hier? Äh, ich glaube, Saphir, Ruby und... Oh Gott, ich und Raumplan, ganz schrecklich. Green Saphir, Saphir und Ruby sind wahrscheinlich dasselbe. Also selber wert. Also, sind Saphire nicht immer grün? Achso. Ne, ich habe hier... Äh, Quatsch, ne, Saphir ist immer blau. Stimmt, das Markt ist immer grün. So rum. Ich habe hier einmal einen Green Saphir, einen normalen Saphir und Ruby. Aber ist ein Green Saphir nicht einfach ein Emerald? Ach, wahrscheinlich haben sie eine Emerald nicht genommen, weil es das ja quasi schon gibt. Das könnte natürlich sein. Ich habe quasi gesehen. So, erstmal mache ich die Bude hier ein bisschen größer. Aber nur ein bisschen. Ja, wir wollen ja nachher richtig schön viele Räume und so dran anschließen. Vielleicht so, dann sieht das hier so ein bisschen aus, als soll das so. So, total gekonnt. Total gekonnt, aber trotzdem. Doch, doch, doch. Doch, das hat was, das hat was. Ey, aber DOS, wir machen hier ja auch nur maximal 32x32 Grundstück, ne? Maximal, so wie auf dem Server. Aber da schnurrst du dir ja ein Grundstück nach dem anderen jetzt so langsam. Ja, ich warte immer noch auf meine Verweiterung. Auf mein drittes und viertes plus Verbindung. Ach, das auch noch, das auch noch. Ja, ja, ich habe doch das Geld. Ja, ich habe doch das Geld. Ja, dann überweist du dir 100 Euro einfach und dann passt das schon. Ich wäre fast in einen Spinnenspawner reingefallen. Nein, Spinnenspawner. Spinnenspawner. Ist das lustig, ne? Spinnenspawner. Ja, das ist voll. Das sind ja nur fünf Stück. Was machen wir denn hier für einen Fußboden rein, Bonny? Du bist das shit. Heslon, Freddon, Freddy, Bonny. Dann behalte wenigstens Einnahmen. Ja, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich finde die alle so toll. Was machen wir denn für einen Boden? Gute Frage. Ich würde sagen, wir nehmen irgend so ein abgefucktes Holz, das man sonst nicht kriegt. Rubberwood vielleicht. Wie sieht denn Rubberbretter aus? Rubberbretter sehen so aus. Ne, ich weiß nicht. Ne, das passt nicht. Ne. Ne. Noch kein. Ganz helles Holz quasi, so wie Laminat fände ich eigentlich ganz cool. Sonst nehme ich immer Birkenholz, aber das wäre jetzt ja ein bisschen eintönig. Ach, das ist doch nicht eintönig. Haben wir hier denn noch Eisen? Warum haben wir eigentlich nie Eisen? Oh, jetzt habe ich eine tolle Schaufel. Hier sind noch zwei Eisen, aber das reicht ja nicht. Das ist eine tolle Schaufel. Eine rote Schaufel. Nice. Was bringt die rote Schaufel? Ich habe absolut keine Ahnung. Auch gut. So, Rubberwood will ich nicht, damit ich erstmal Sticks draus. Und dann Exel. Und das ist ungefähr genauso schnell wie eine Silberschaufel. Ich denke mal, du meinst jetzt Eisen Schaufel? Äh, Eisen Schaufel, ja. Ich wollte gerade sagen, wie schnell ist denn eine Silberschaufel, bitte sehr. Oh, jetzt stehen hier nur so langweilige Bäume. Weil die halt langweilig sind. Ich will irgendeinen abgefuckten Baum jetzt haben. Oh, da hinten ist auf jeden Fall Öl. Ich sehe Öl da hinten. Oh, das ist schon mal gut. Das können wir nachher hier. Ja, das sehen wir auch so auf der Karte. Das ist kein Problem. Boah, immer wenn ich X gedrückt habe, dann behält er danach mal die letzte Taste, die ich gedrückt habe, bei. Wenn das gerade springen war oder so. Dann springt er die ganze Zeit. Mega abgefuckt. Ja, also so richtig viel haben wir hier eigentlich nur Rubber, Eiche und Birke. Dann nehmen wir doch Birke. Was soll's. Birke, Birke, Birke. So, tja, Helen. Sobald wir dann erstmal diese Query haben, bist du ja irgendwie überflüssig am Platz, ne? Dann würde ich sagen, schmeißen wir dich raus. Die Krabby ist wesentlich schneller als du. Und auch nicht ständig ab. Ja, genau. Die holt nicht immer wieder auf, braucht keine Pausen, frisst kein Futter. Ja, aber wenn du die baust, musst du den Server ausmachen, ne? Ja, ist die Frage, ob wir das dann einfach laufen lassen und dann eben, ich sag jetzt mal, die Aufträge angemessen klein machen oder ob wir fette Aufträge machen und das dann immer beenden, sobald wir aufhören. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten lässt du das erstmal 10 Tage lang laufen. Ja, wir buddeln erstmal alles aus, machen das in 20 Doppeltruhen rein, haben nachher von allen Ärzten genug. Und dann ist das Let's Play nach 20 Folgen vorbei, weil es dann mega langweilig wird. So machen wir's. So machen wir's. Oh yeah. Dann nicht zu vergessen TNT, ne? Die richtig große TNT-Bombe. Klar. Muss ja, muss ja. Muss ja, muss ja. So, ich fange hier schon mal auch so ein bisschen an mit Terraforming, zumindest mit der Erde, die ich habe. Ich bin auch gut dabei. Magst du vielleicht, wenn du gleich Zeit hast, hier dann die Erde wegnehmen? An der, am linkesten Bett quasi? Das ist mir, glaube ich, ganz gut. So, dann mache ich hier jetzt hier mal so ein... Ich bin gerade eigentlich sogar schon dabei, genau da, wo du es gesagt hast. Hier ein Boden sieht einfach am besten aus, finde ich irgendwie. Ist einfach der hellste, das hellste Holz so. Ja, und was ist, wenn jetzt ein anderer, ein anderes Texturenteck hat und es bei ihm dunkel ist? Aber Birke hat auch eine weiße Rinde. Das muss irgendwie das hellste Holz sein, sonst wäre das unlogisch. Hörst du? Hörst du? Bist du sicher? Und da muss, hier muss irgendwie was drunter, da mache ich jetzt erstmal was drunter. Wenn wir das hier so als Terrasse lassen, dann könnten wir da auch... Uh, da habe ich ja ganz tolle Ideen, was wir da alles machen können. Denn die Ideen haben uns niemals Glück gebracht. True. So epische Musik gerade. Kriegen wir das nicht irgendwie hin, dass ihr die Musik auch hört? Dann müsste ich die irgendwie über TS vielleicht mitsenden. Wie, du hörst sie? Oder? Nee. Nee, du hörst eigentlich... Ja, wollte ich gerade sagen, das kann eigentlich zumindest nicht die sein, die genau... Nee, die im Hintergrund läuft nicht. Genau, er hört... Ich kann gerade mal überlegen, wie ich das hinkriegen könnte. Ich müsste sie dann ja über TeamSpeak einfach irgendwie senden. Kannst doch ein Musikbord reinhauen. In was kann ich reinhauen? Musikbord. Musikbord. Im TeamSpeak. Das würde gehen, ja. Dann müsste ich allerdings mein Mikro auf Dauersenden stellen, oder nicht? Weil sonst wird TS ja nicht mit aufgenommen. Der Musikbord ist ja nicht von deinem Mic. Ach, dann nimmt er das als System-Sound quasi auf. Den kannst du eine Playlist hinzufügen und der spielt die dann im TS ab. Ja, das wäre natürlich gut. Wer wäre denn sonst nicht? Na doch, das kriege ich schon irgendwie hin. Klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Idee. So, ich nehme, glaube ich, lieber Eiche hier. Haben wir noch Truhen? Truhen haben wir keine mehr, ne? Unseren Truhen sind keine Truhen, sagen wir es so. Nein, ich glaube nicht. Dann mache ich jetzt erstmal ganz viele. So. Gut, ich habe nämlich auch mal nachgeguckt, wie wir unsere Maschinen hier passen zum Laufen kriegen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Dafür brauche ich erstmal so einen komischen Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Dafür, dafür brauchst du erstmal ein Heimerding. Ein Heimerdinger brauche ich erstmal für den Schraubenschlüssel. Auf jeden Fall. Und der baut mir dann auch gleich die Türme. So, ein Steinzahnrad und drei Eisenbarren. Hellen Eisen. Eisen. Hellen Eisen. Eisen. Ausverkauft. Eisen. Eisen, hellen Eisen. Ausverkauft. Ausverkauft. Warum kriege ich denn jetzt? Achso, Mist. Hellen Eisen, kommt schon. Ist ausverkauft. Also ich könnte ein Eisenerz anbieten. Wir gehen ja das. Achso, ging das. Ein Eisenerz würde sogar reichen, weil ich noch zwei habe. Jo, hier. Also muss ich nicht hochkommen. Ne. Ah, ne, gerade doch nicht. Jetzt bist du wieder überflüssig. Ich gebe mich mal zu, es sei denn. Ja. Dann bis zum nächsten Leben. So, was hatte ich jetzt gesagt? Wo ist denn der Eisenbarren jetzt? Den hat er kaputt gemacht. Ach, der geht hier durch unsere Pipes durch. Oh, ha, so. Ich dachte schon, ich bin gerade im Ofen fertig geworden. Ich nehme so als Übertar. Wo bist du, Eisenbarren? So, Schraubenschlüssel. Nice, okay. Jetzt brauchen wir noch mehr Eisen für die Iron Pipes. Hellen Eisen. Ja, hellen doch. Warum kriege ich die aus? Ja, jetzt brauche ich den. So ist es. Bin ich auf einmal wichtig, ne? Ja, sagen wir einfach, ich brauche dich. Welche Wasserquelle? Hier haben wir eine unendliche Wasserquelle gemacht. Ach, du hast hier geteraformed. Okay. Ja, das ist das linke Bett. Ja, ich meinte so, das. Ich baue hier ja gerade komplett runter. Achso, achso, okay. Dann bauen wir da. Ja, ich wusste jetzt nicht, in welche Richtung wir expandieren. Aber können wir machen, klar. Gut. Also brauchen wir den erstmal nicht. Erstmal nicht, aber dann packen wir am besten woanders hin, bevor du ihn zubaust. Ja. Dann mach das mal zuerst, glaube ich, die Eimer. Ja, ich gebe dir die, warte. Das darfst du machen. Sehr schön. Ja, ich erlaube es dir. Ich gestatte es dir. Ist das nicht nett von mir? Sehr nett. So, und dafür versuche ich jetzt mal unsere Maschine irgendwie zum Laufen zu bringen. Grobe Vorstellungen, wie es gehen könnte, habe ich. Also gar keine. Doch, doch, doch. Ich weiß ja, hier mit diesem Schraubenschlüssel und dann mit diesem und jenem und Dingsda Boomster. Und dann brauche ich jetzt Eisen. Klingt logisch. Ja. Klingt logisch, genau. Klingt logisch, ist ja auch so. Ach, hier sind die Eisenbarren. Jetzt brauche ich keine Eisenbarren mehr. Danke, Helen. Ach, so eine Scheiße. Weißt du was? Moment, jetzt muss er so und so und dann muss das irgendwie da rein. Oha, jetzt bämt er sich voll mit Items. Nein, wieso tut er das? Was ist das denn da? Moment, jetzt muss das da eigentlich weg. Und das da weg. Oh Gott. Ich habe einmal Wasser verloren. Nicht schön. Gott, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt kann ich die Öfen ja einfach. Also du meinst, ich kann das vorne aus den Öfen nicht rausnehmen und nur an der Seite? Normal schon. Mist. Nichts ist unmöglich. Vielleicht geht es ja doch, muss man einfach gucken. Toyota. Ne, besser nicht. Dann mache ich das einfach so, so, so. Dahinter müssen jetzt die Motoren. Oh Gott, was hast du mir alles hingeschmissen? Das spawnt gleich alles, Alter. Das braucht das für einen Primo. Also keine Sorgen. Achso, Moment, das kann ich auch drehen, ne? Hä? Warum kann ich das nicht drehen? Oder musst du es so rum anbringen? Ey, ich bin zu blöd. Was passiert, wenn ich es da hin mache? Passt auch nicht. Ach Quatsch, ich muss das ja auch, ah, ich muss ja auch an die Holzdinger dran machen. Genau, genau, genau. So, Holz. Holz, Holz, Holz. Oh Gott, alles, was ich irgendwo, wenn ich was rausnehme, kommt sofort was Neues rein. Oh, die Scheiße. Packe ich erstmal da die Pflanzen rein. Oh Gott, das ist nicht mal eine Pflanze, das ist Ember. Oh. Also, jetzt aber hier so. Das überfordert dich jetzt schon mal. Richtig krass. Wie hatte ich das denn hier nochmal? Da waren die Öfen, da waren die Dinger. Ach, und dahinter waren die Maschinen. Das klappt jetzt ja gar nicht, dann muss ich nach da auch erst expandieren. Wir müssen noch überall hin expandieren. Wir müssen expandieren. Aber wenn wir so einen großen Truhenraum machen wollen, obwohl das vielleicht gar nicht schlecht, wenn unser Haupteingang dann voll ist mit den ganzen Items, kommt man überall immer gut dran. Mist, jetzt habe ich die Drohnen weggeschmissen, die ich gleich brauche. Ja, da liegen ja 5000 Items bestimmt, ne? Hey, wie habe ich das denn da jetzt gemacht? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich ja erstmal hier genau das bauen. 4, 5, 6. Wo willst du die Drohnen hinhaben? Äh, am besten in die Drohnen. Da. Ja, ich will den Kami retten, der hier liegt, ne? Ja, mach halt irgendwo erstmal hin. Hauptsache, es geht nicht verloren. So, jetzt überlegen. Jetzt muss ich das. Ach, Mensch. Jetzt können die alle wieder einen zurück. Oh, hoppala. Autsch. Keine Absicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vollkommen in die Absicht zugeschlagen, ne? Aber mitten in die Fresse. Man muss doch gewissen. Nein, nicht so. Wo sind denn jetzt die Öfen? Ich brauche die Öfen. Öfen. Ah, Öfen. Nein. Ah. Doch, kann ich so lassen. Okay, wenn ich jetzt da die Öfen hin mache, dann kommen da die Ausgänge hin und die Engines da dran. Das müsste jetzt eigentlich so gehen. Ausgänge da dran. Ich hoffe es mal. Sagen wir es so. Ja, und jetzt die Engines dann da, da und da. Komm mal wieder nach oben. Jetzt brauchen die gleich noch Redstone. Power brauchen die gleich noch. Das erst mal so. Okay, und jetzt haben wir hier Pflasterstein. Guck mal, was da das ist. Ja, so irgendwie. Ah, nee, da müsste ich jetzt eigentlich die Eisendinger nehmen, weil ich die einstellen kann. Ja, ja. Also so, so, so. So. So.